Backflash Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu LOL Genau Euch gefällt meine Waffe? Ich hab dein Wunder geschüttelt und euch gefällt auch nur gut Wir können uns mehr beschwören Jaja Gut das war's Bin du in Ähm 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 genau Da musste ich hin Wieso läufst du da lang? Das ist doch viel kürzer du dummes Vieh Ich glaub der Kader hat die alle im blauen Rahmen Ja das ist so ein klar Das ist nicht Wie wir an meinem blauen Rahmen? Ich hab gedacht in gelben Ich geh in beiden Dann ist es weggelegen Ach du hast mir gleich dabei getroffen Gegner haben den schwarzen Komm Kedi Komm Kedi Giffle Giffle Äh weg doch Pahhh 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 nein ich habe angst dahin zu gehen ja man die knallt plus schweißt ok jetzt könnte nicht mal jetzt könnte nicht mal den Weltenmeer weil der Jungler weg ist, ey! lasst uns die Kode kratzen ja Fressen bist du nicht was? jetzt sind wir uns weg ey muss doch Fressen zuerst spielen und dann los ich mich also im Jungle jetzt sind wir fast 500 damage hier mit dem Fressen da ach das war ein Fail muss nicht mehr auf Alter da war ne Hand ähm ich lauf so ab so wie es kann warte mal wenn wir level 3 sind ich weiß ja was passiert dann Swagdank Swagdank die neue Technik alter Swagdank ok pass wir bei mir neue Technik aus und mir hat Swagdank Alter das macht mir nichts money ach so support item rule dum 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 hehehe hehehe das ist doch wirklich eine Swagslag alter meinst du Junge der hat mich weg gestoßen iiiiih also ich kann dir übrigens die Statistiken sagen wie viele weibliche Zuschauer wir haben 18% 18% Zuschauer hast du überhaupt? ja man wie viele Zuschauer hast du überhaupt? kann ich dir nicht sagen wenn ich aufnebe ne sei doch auswendig das hab ich doch nicht auswendig das hab ich doch nicht auswendig hallo man 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 der Swagdank oh ne der wächst nicht der kommt auch ne größere dass du mit Nunu wirklich kein Smite brauchst mit Nunu? ne brauchst du keinen aber das war trotzdem ok weil du dann jeden Jungle Dings ähm äh stehlen kannst wirklich die die noch die 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 der die die Da 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 daaa Hier erstmal möchte ich Level 6 werden Ich will aufdanken, denn ohne Dank muss sein langweilig Was ja, willst du so gleichzeitig Solias aktivieren? Wir sind gleichzeitig Ult, ne? Ja sonst weißt du nicht Solias, damit du so scheißgele Starts will Hier sag aber vorher Bescheid, ne? Dann tu ich mal schnell mit der Kamera hin Das ist nicht wahr, ich bin Wart mal, komm mal her Und was will der? Wir gehen zu dem, der ist sicher hier drin Komm ich? Ich war un Ja nicht du, hier komm Was macht denn der? Ist der Tumur oder so? Lass mir den Kill, ok? Bleib, bleib Ja Ich will ne Eses Ich will ne Eses Vor allem ich hab da unten Vor allem ich hab irgendwo hingeklickt Jo Schnauze Dreckvieh Ich bin dabei Komm zum Ignaten Ey die haben, die haben mal Kali, so weiter geht halt Heeeh Oh Dank für das Gesundheit Mein Problem Immer wieder gern Ja mach ich bei euch auch Mach ich bei euch auch Ich kippe Ich bekann ihm einfach nicht rein Ich denke es mal ey, die nicht deklett Ich sch��pp den zu mir und Kill ist Hab ich noch nicht wieder ganz Man kann es nicht zu sehr急 Aber ich sche longer mein Ehende hieß das ding starb der erzengel oder wie ist das ding noch mal starb der zeit alter wurschen der nie das ist er nicht wie hieß denn das ding brauche ich nicht mal einfach das schaden auch das ist sogar erst mal so was weiß ich zehn minuten afg rumstehen so ein idioter, webt der noch weil er denkt er kann es Alter, wer noch nicht der Freizeit Dachte das Ding ja noch Ich kann danken Ich nicht ich gehe back, ich gehe in meine Base und Und er chillt seine Base Er chillt seine Base Mach das Nein, mach das nicht Ich komme schon mal auf die, ich komme schon mal auf die Arcadia Gang Wieso? Wohl warte Ich meld meine Träne Darf ich erstmal Level 6 werden, nur vorher überhaupt jemand das wollen Ich habe vor wie eine scheiß Träne Was? Das interessiert doch keinen Gehen wir mal back Was soll ich am besten anfangen? Ich bin mir schon guter Weiß ich nicht Ich komme ja mit Jais und Wiener aus Nice Und das sage ich nur nicht oft Ich weiß nicht wie ihr das seht, aber ihr könnt ja gerne pingen Junge, da hat er noch so ein Lack gehabt Er wäre gekillt worden Wie schon gesagt, wenn ich Level 6 bin Schade Boah lohnt sich das ja gar nicht Was? 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 Oh fuck, Alter Jetzt mal so eine Frage Braucht von euch jemand Blue? Yo, ich, aber ich bin zu voll runter zu laufen Dann hast du Pech Ah, ich muss mal verschwenden Du musst mich nochmal aufklären, ich habe jetzt lange nicht Jungle gespielt Wo fang ich an mit Gangs? Wenn ein Mann und eine Frau ein Baby bleiben wollen Fängst du jetzt mit nem Bienchen und nem Blümchen an? Nett Okay Komm mal mit hier, Pastor Sehr wohl Ich komme nochmal top, ne? Ja, ja Next Generation Kill Hier, oder, go, go, go Raus, 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 raus Raus, 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 raus Oder brauchst du dir erstmal keine Hilfe? Da würde ich mitmachen Ja, das sieht so aus Ich werde doch Bot kommen Wir müssen gestalten Oh, komm, hier war doch schon Bot Lane Soll ich mal Bot? Soll ich mal Bot? Warte mal, hier ist grad Warte mal, hier ist grad Irgendwie ist das andere oder so Vorsicht, der Kali ist grad in Jungle rein Vorsicht, der Kali ist grad in Jungle rein Oh, guck mal Oh, guck mal Ich hab gedacht, ich rette dir mal nen Arsch Wenn das jetzt kein Fehler war Ich würde gern mal snaken Ich würde gern mal snaken Ich würde gern mal snaken Hey, was wohnt du? Ja, grandios verschissen Grandios verschissen Grandios verschissen Also, ich weiß ja nicht, wie du das da oben machst Aber ich glaub, du brauchst keine Hilfe, oder? Das ganze Spiel über Jetzt läuft Das heißt, ich beschäftige mich jetzt mit Mitte und Top Lane Ne, Mitte und Bot Was ist der hier, Quote? Braucht einer von euch Red? Braucht einer von euch Red? Wie sieht's auf der Top Lane aus, brauchst du Red? Ich brauch viel zu lange, ich brauch viel zu lange dahinter laufen Ich bin dabei Ich hätte mir mit Nice Reality gebotet Ich glaub, das wär nicht so wär Dann hast du Pech, dann ist an mir Dann hast du Pech, dann ist an mir Dann würde ich mich auch holen Habt du ja schon Gabi gemacht, wenn ich den Wollst du den Trailer zu holen oder ich mach? Okay, ich hab'n Dank bei dich Ja, wir können ja noch gewinnen Leider, danke Baste Oh, ich komm mal Ich komm mal Ich hab schon mal mit Jarvis gekauft Bin to win Oh, da sind ja 3 Fuck die Wand Hat nicht, ich hab'n, ich hab' kein Pool mehr Fünf Sekunden aber Dunk, 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 Dunk Ah, egal, es hat die Fotos anreifen hier Bist du ready? Kannst du flashen? Bist du ready? Kannst du flashen? Bist du ready? Kannst du flashen? Fuck Da ist der Chef Haha, da ist der Chef Ich hab'n Warte mal, die Station kommst du nicht Oh, ist der selten doof Wirf dran Der stirbt nicht, das ist voll Bleib noch kurz oben, Markus Dann geh mal so weit Ich hab'n